Fische wie am Fließband fängt man in Norwegen und selbst die kleineren Exemplare machen am leichten Geschirr richtig Spaß. Der Tag beginnt bei uns allerdings mit der monatlichen Waschprozedur und wir beobachten schon mal die Fähre, die uns morgen auf die Insel bringt, während die Wäsche trocken weht. Ein paar Stunden schaffen aber auch wir es ans Wasser und erleben eine tolle Frequenz von kleinen bis mittleren Dorschen beim Uferangeln. Wir sind zufrieden und die annahrende Gewitterfront beendet die Angelsession und wir schneiden fleißig neue Videos, bevor es morgen wieder weitergeht. Folge für das Inselabenteuer.